Wir zeigen euch einmal die Technik Strandlieger. Dafür legt sich einmal der Marcel auf den Boden und ich möchte jetzt einmal versuchen, den Strandlieger festzuhalten. Dafür setze ich mich einmal ganz nah an den Marcel und meine Füße, die zeigen zum Kopf von Marcel. Jetzt habe ich ja den einen Arm, der näher zu mir zeigt. Das ist der hier. Und den Arm, den packe ich einmal unter meinen Arm. Ja, das ist das tolle Buch, das ich mir jetzt durchlese. Ach, das Buch ist richtig interessant. Ja, ich bin fertig. Jetzt kann ich mir das Buch einmal einpacken und meine Hand auf den Oberarm von Marcel nehmen, damit ich hier noch ein bisschen mehr Kraft habe. Und ganz wichtig, Arm einklemmen. Die andere Hand, die kommt unter das Handtuch. Der Marcel ist nämlich mein Handtuch und ich lege mich dann nämlich gleich drauf. Die Hand kommt einmal unter das Handtuch und wir halten das Handtuch fest. Und jetzt, damit ich mich noch ein bisschen gemütlich machen kann, lege ich mich noch ein bisschen auf das Handtuch drauf ein Bein stelle ich auf und ich mache mich ganz schwer und der Partner möchte versuchen rauszukommen. Das heißt, wir kämpfen ein bisschen darum. Kleinen Kampf. Wenn wir es geschafft haben, genau, wechseln wir. Nochmal auf der anderen Seite. Der Marcel legt sich hin. Füße zeigen zum Kopf. Ja, ich stinke Füße. Den einen Arm, der näher zu mir zeigt, den packe ich einmal ein. Erstmal lese ich mir das Buch durch. Das ist ein tolles Buch. So, einmal unter meinen Arm. Die Hand kommt einmal auf den Oberarm, damit ich ein bisschen mehr Kraft habe. Die andere Hand unter das Handtuch. Festhalten. Ich lege mich ein bisschen auf den Partner drauf. Auf das Handtuch. Beine aufstellen. Und das ist der Schwandlieger. Das ist der Schwandlieger. Das ist der Schwandlieger. Das ist der Schwandlieger. Das ist der Schwandlieger.